Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested zu einem Video, auf das ihr durchaus sehr lange habt warten müssen, um genau zu sein, 10 Monate lang. Denn so lange habe ich mich zurückgehalten, um die ersten Eindrücke von meinem privaten Leasing-Abo-Fahrzeug mit euch teilen zu können. Und hier steht der VW e-Up. Den habe ich seit Januar 2022 nun privat und wie ihr seht, so ein typisches Fahrzeug, wo man nicht viel hermacht, komplett in Weiß gehalten. Und natürlich die Beklebung von dem Abo-Anbieter, von dem ich das Fahrzeug beziehe. Das ist jetzt eine unbezahlte Werbung, die ich hier für Dear Mobility mache. Das ist ein Kalver Energie-Unternehmen, von dem ich das Fahrzeug jetzt gemietet oder geleased habe, im sogenannten Abo. Der VW e-Up, ein durchaus sehr interessantes Elektrofahrzeug für viele da draußen. Das Fahrzeug ist sehr beliebt gewesen, sodass es zu einem Bestellstopp kam, nach einer längeren Zeit oder schon nach kurzer Zeit bei Volkswagen. Es wurden auch die Derivate von Skoda und Seat eingestellt und jetzt gab es kurzzeitig dieses Jahres den E-Up wieder zu bestellen. Zu einem sehr, sehr stolzen Preis von über 26.800 Euro, aber dafür dann in einer Vollausstattung, so ähnlich wie er hier vor euch steht. Den E-Up habe ich deswegen auch gewählt, nicht nur weil er sehr günstig war, sondern schlicht und ergreifend, weil dieses Fahrzeug in meinen Augen die Mobilität, die man eigentlich im Grunde im Alltag benötigt, völlig zufrieden stellt. Der E-Up hat hier vier Türen. Er ist sehr kompakt mit 3,60 Meter, hat aber eine durchaus großzügige Antriebsbatterie. Wir haben hier knapp über 36 Kilowattstunden brutto und 32,3 Kilowattstunden netto Speicherkapazität, die uns zur Verfügung steht. Dadurch, dass der Elektromotor auch recht effizient arbeitet, er sitzt vorne dort, wo früher der Verbrennungsmotor saß, also unter der sogenannten Motorhaube. Er treibt die Vorderräder an, hat eine maximale Leistung von 83 PS oder 212 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das reicht durchaus aus, um den kleinen Citygo hier, der knapp über 1,2 Tonnen wiegt, flott voranzutreiben. Und man schwimmt hier auch wirklich gut mit. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 Stundenkilometer, was auch in der Praxis völlig ausreichend ist. Schauen wir mal zu dem Citygo hier. Wir gucken einmal ganz kurz leider ans Heck, denn genau hier haben wir schon einen Punkt, wo ich mich sehr geärgert habe. Denn leider hat uns jemand hier den Citygo sehr, sehr schön und unschön verkratzt. Nämlich, der hat dann tatsächlich beim Ausparken, ist er sehr kräftig gegen unseren E-Up hier geschrammt. Natürlich der Stoßfänger kaputt, das Kennzeichen hier eingedrückt und wir haben hier noch mehrere Kratzspuren. Also der Stoßfänger hier, der geht leider auf die Selbstbeteiligung. Den hat es komplett erwischt. Natürlich hat sich derjenige nicht gemeldet und ist fahrerflüchtig. Ganz ehrlich, auf sowas habe ich einen durchaus großen Hass. Schauen wir mal hinter diese kleine Heckklappe. Und da sehen wir dann auch schon einen sehr durchaus kleinen Kofferraum, aber der reicht in vielen Punkten aus. Das Ladekabel findet jetzt nicht in einer besonderen Tasche oder ähnlichem hier ihren Platz, sondern liegt halt jetzt hier ganz einfach in diesem doppelten Laderaumboden. Den können wir aber anheben. Darunter liegt jetzt aktuell, hier ist das 230 Volt Kabel, also die Haushaltssteckdose mit dem Ziegel untergebracht. Wie wir sehen, ist es auch der VW E-Up, ist hier ungeschützt vom Metall. Das ist ein bisschen unschön. Gerade wenn man ein Leasingfahrzeug hat, kann es durchaus passieren, wenn man sich da nicht ein bisschen vorsichtig im Sachen Laden und Entladen gibt, dass das Ganze hier durchaus etwas stärker verschrammt. Man kann aber die Rücksitzlehnen hier schön umlegen. Mit dem doppelten Laderaumboden gibt es dann auch eine ebene Ladefläche. Bis zu 923 Liter Stauraumvolumen stehen hier zur Verfügung. Die Zuladung liegt übrigens bei knapp über 280 Kilo, was aber für so einen kleinen Citywagen völlig ausreichend ist. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf die Rücksitzbank. Ich lasse den Beifahrer, meinen Kameramann hier mal über die Beifahrerseite hineinfilmen. Ich steige mal hinten ein. Ich tue einmal kurz das Gerät hier weg und dann setze ich mich auch hier rein. Und jetzt ist der Fahrergritz übrigens nicht auf meine Größe heute mal eingestellt, sondern tatsächlich auf jemanden, der etwas größer ist mit über 1,85 Meter. Und da sehen wir schon, da wird es dann für mich mit 1,78 Meter hinter diesem Sitz durchaus eng. Das lässt sich aber in dem Fall ganz gut aushalten, wenn man eben nur hier hinten zu zweit sitzen darf. Wir haben nämlich auch hier in der Mitte keinen Gurt für eine fünfte Person. Das heißt, das Fahrzeug ist lediglich für zwei Personen zugelassen. Ansonsten sitzt man sich hier hinten aber ganz ordentlich. Die Fensterflächen sind groß, man kann gut rausschauen. Und man hat durch die Isofix-Möglichkeit hier an den Außenpositionen auch gut die Möglichkeit, eben Kindersitze hier unterzubringen. Und das habe ich auch in meiner Praxis schon sehr gut gemacht. Zwei Kindersitze untergebracht und sogar einen Kinderwagen hinten im Kofferraum. Also auch das funktioniert, wenn man es denn möchte. Ja, es ist nicht gerade komfortabel, aber völlig ausreichend. Schauen wir noch mal ganz kurz nach vorne. Ich steige um. Volkswagen gibt hier auch einen klassischen Schlüssel mit Bart mit, den man hier ein- und ausklappen kann. Es gibt auch das klassische Zündschloss, was auch ganz normal bedient wird. Man drückt einmal die Bremse und zündet quasi einmal den Elektromotor. Und dann ist das Fahrzeug fahrbereit. Wir sehen hier in der Mitte eine Klimaautomatik, Einzone und die hat auch eine weitere Besonderheit. Es gibt nämlich hier beheizte Windschutzscheibe. Wir haben Heizdrähte in die Windschutzscheibe eingelassen. Hier sehen wir einen Halter und der ist für das Smartphone zuständig. Das Smartphone wird hier eingeklinkt und dahinter ist ein USB-Anschluss. Und über den wird dann sozusagen das Mediasystem hier gekoppelt. Also hier kann man dann mit der eigenen Maps & More App hier das Fahrzeug dann navigieren. Ansonsten hackt man halt einfach hier Apple CarPlay rein. Funktioniert genauso gut. Wir haben hier noch ein kleines Radio integriert. Und das hier bietet eben dann auch, wenn wir eben hier auf rückwärts gehen, hier einen kleinen Ausschnitt für die Rückfahrkamera und eben die Parksensoren. Hier gibt es nicht allzu viel, ehrlich gesagt, einzustellen oder zu entdecken. In diesem kleinen Radio ist halt so ein typisches DIN-Radio. Und da können wir halt dann in die einzelnen Menüs untergehen, wenn wir noch ein paar Einstellungen vornehmen wollen. Klassisch, Rundinstrumente hier, analog für das Kombi-Instrument. Wir haben ein schönes Drei-Speichen-Lederlenkrad, gut in der Hand liegend. Kennt man von Volkswagen. Lässt sich auch schön bedienen. Audio links, Bordcomputer rechts. Und auch da haben wir eine Möglichkeit, hier wirklich viele Infos uns durchzuscrollen über das Multifunktionslenker und das kleine monochrome Display, das sich hier verbirgt. Jetzt würde ich aber sagen, wir fahren einmal Laden mit dem E-Up und dann erzähle ich euch nochmal so ein bisschen was aus der Praxis bezüglich Reichweite, Laden und noch etwas mehr. Ich habe unseren E-Up jetzt einmal angeschlossen. Ich musste ja während der 10 Monate stets öffentlich laden. Ich habe keine Wallbox zu Hause. Deswegen ist für mich die öffentliche Ladeinfrastruktur natürlich sehr entscheidend. Man muss dazu sagen, ich habe Gott sei Dank bei uns im Ort ungefähr 800-900 Meter fußläufig eine Ladesäule, eine 22 kW Ladesäule, bei der aber der Up lediglich mit knapp über 4 kW lediglich Strom zieht. Wir haben dann die Möglichkeit, hier diese 32,3 Kilowattstunden in einer überschaubaren Zeit durchaus aufzufüllen. In den meisten Fällen hat das richtig gut geklappt auch. Also man hat das meist damit verbunden, wirklich so einen kurzen Spaziergang am Abend, das Auto kurz angeschlossen und vor allem mittags irgendwann ist dann kurz einkaufen gewesen, hat dann noch seine Hausarbeiten gemacht, habe nochmal ein Video geschnitten zum Beispiel, bin dann aber wieder nach vier Stunden an die Ladesäule gekommen und habe den Wagen einfach kurz abgeholt. Das geht, es ist aufwendiger, ganz klar, aber wenn man sich da ein bisschen drauf einschießt, dann ist das gut möglich. An so einem CCS Lader, denn unser E-Up kann auch schnell laden, greift der E-Up maximal 40 kW ab, muss aber auch sagen, dass diese Peakleistung von 40 kW in der Praxis quasi nie erreicht wurde, wenn dann geht es mal so auf 36, 37 kW hoch, aber die fällt auch sehr schnell wieder ab. Man hat dann also dauerhaft eine Ladeleistung von um die 20, 25 kW und das ist auch der Hintergrund, warum eben die Batterie von 10 bis 80 Prozent hier am Schnelllader schlicht und ergreifend eine Stunde Zeit beansprucht. Während dieser einen Stunde kann man die Zeit natürlich an Ladesäulen sehr gut verbinden, entweder mal einen Kaffee trinken oder aber, so wie meine Wenigkeit, ich nutze diese Gelegenheit und versorge meine Geräte hier einmal mit Strom und da möchte ich euch heute echt eine coole Power Station vorstellen, eine neue und zwar den EcoFlow River 2, den ich hier habe. Das ist eine kleine Power Station, die portable ist, die wiegt nur 3,5 kg, bietet euch die Möglichkeit hier fünf Stromanschlüsse zu nehmen, zwei USB-A, einmal USB-C, einmal 12V KFZ-Ladekabel und eine 230 Volt, ganz klassische Steckdose. Damit die Speicherkapazität dieser LFP Zelle, also eines Lithium-Eisenphosphat-Akkus beträgt 256 Wattstunden. Es gibt allerdings drei Ausbaustufen, es gibt dann noch den River 2 Max und den River 2 Pro mit mehr Anschlüssen, mehr Speicherkapazität und natürlich auch einer höheren Ausgangsleistung. Die Ausgangsleistung, die hier angegeben ist, liegt bei 300 Watt. Ihr könnt aber über die zur Verfügung stehende EcoFlow App eine X-Boost-Funktion nutzen. Da könnt ihr bis zu 600 Watt hier entnehmen. Natürlich reicht das jetzt nicht, um quasi da den kompletten Haushalt mit bei einem Stromausfall zu versorgen, aber ihr könnt einzelne Geräte betreiben, zum Beispiel der Kühlschrank, den könnt ihr da zur Not sogar anschließen, den könnt ihr darüber laufen lassen. Wir haben meist so um die 80 Watt Leistung. Eine Kühlbox während der Fahrt zum Beispiel ist eine super Geschichte, wenn man eben hier keine Stromversorgung wie hier in dem E-Up im Kofferraum hat, dann hat man eben so eine Box, so eine Power Station, die man hinstellt, steckt ihn an und da entnehmt ihr dann eben den Strom für dieses Gerät. Ihr müsst natürlich aufpassen, 600 Watt sind jetzt nicht viel bei dieser kleinen Power Station, die da entnommen werden kann. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Wasserkocher habt, der hat 2800 Watt Leistung. Das heißt, mit dem würdet ihr jetzt nicht das Ganze betreiben können, aber ich finde das Ganze cool, 3,5 Kilo nur schwer. Der Akku hält mindestens fünf Jahre, da gibt es eine Garantie drauf. 3000 Ladezyklen verspricht EcoFlow hier mit einer maximalen Verlustleistung dieser Kapazität von 20%. Das heißt also, ihr habt dann immer noch über 80% Kapazität nach 3000 Ladezyklen. 3000 Ladezyklen, so hoch gerechnet, das ist ungefähr zehn Jahre Nutzungszeit. Kostenpunkt übrigens von so einer EcoFlow River 2, die liegt bei 299 Euro. Ich finde, das ist ein guter und ein fairer Deal, den ihr hier habt, zumal das echt ein cooles Design ist. Wir haben ein kleines Display hier, wo wir auch die Eingangs- und Ausgangsleistung prüfen können. Wir haben ein aktives Batteriemanagementsystem. Über die App können wir sehen, wie viel Leistung abgerufen oder hinzugegeben wird. Also echt ein cleveres Teilchen und das nutze ich unheimlich gern hier, um mein Equipment portabel stets parat zu haben und mit Strom zu versorgen. So, jetzt versorge ich euch natürlich noch mit weiteren Infos zum E-Up. Wir stöpseln ab, fahren einmal eine kleine Runde und dann erzähle ich euch natürlich auch noch, wie er sich so über die knapp 8000 Kilometer, die wir jetzt absolviert haben, in zehn Monaten so gefahren ist. Was mir besonders gut beim E-Up gefallen hat, während der Zeit, jetzt in den zehn Monaten, wo ich ihn genutzt habe, er fährt sich unheimlich handlich und vor allem sehr leichtfüßig mit diesem E-Antrieb. Der tut ihm auch richtig gut. Ich hatte ja selber zwei Jahre lang einen Skoda Citygo mit 75 PS aus dem 1 Liter Saugbenziner und das war dann schon immer so ein bisschen sehr zäh, um da voranzukommen. Hier ist es eine coole Geschichte, vor allem auch mit dieser Rekuperationsleistung, die wir haben. Wir haben vier Rekuperationsstufen. Wir haben entweder hier das B, was wir einwählen können über den Wähl-Stick hier. Einmal noch eins nach hinten ziehen von D auf B, dann haben wir die höchste Rekuperationsstufe 4 oder aber wir nutzen den Schalthebel hier, um die Rekuperationsstufen einzustellen und hier können wir dann eben 1, 2 und 3 eingeben. Die vierte Rekuperationsstufe geht eben, wie gesagt, nur über den B-Modus. Wir haben noch zwei Fahrmodi, drei Fahrmodi, Normal, Eco und Eco+. Ich persönlich muss sagen, zwischen Normal und Eco gibt es kaum einen Unterschied, auch was das Ansprechverhalten angeht, von dem Elektromotor. Erst im Eco-Plus-Modus ist dann wirklich eben die Heizung komplett aus und das Fahrzeug merkt man, ist dann ein bisschen phlegmatischer im Ansprechverhalten, was aber nicht weiter stört. In meinen Augen vor allem nicht, wenn man im Stadtmodus unterwegs ist. So ein bisschen schade ist, dass es eben nicht wirklich einen richtigen One-Pedal-Modus gibt, den man über dieses B aktivieren kann, sondern dass man hier schlicht und ergreifend immer trotzdem noch so ein bisschen die Bremse, die Fußbremse benötigt, um das Fahrzeug dann zum Stillstand zu bringen. Das wäre dann noch so ein kleiner Punkt gewesen, den ich noch als verbesserungswürdig erachtet hätte. Die Klimatisierung im Sommer ist sehr gut, die Klimaleistung ist wirklich hoch, also das funktioniert auch sehr gut. Ich finde selbst, das Radio klingt ganz ordentlich hier in dem Fahrzeug. Auch der Innenraum ist extrem luftig für so ein kleines Fahrzeug. Also ich fühle mich hier drinnen immer richtig wohl, wenn ich dann hier auf diesen bequemen Sitzen untergebracht bin. Die haben zwar kaum Seitenhalt, sind aber echt angenehm, auch auf längeren Strecken. Also hier kriege ich jetzt nicht unbedingt Rückenschmerzen nach einer gewissen Zeit. Auch das funktioniert sehr gut. Eines der Extras, die ich sehr häufig nutze, das ist tatsächlich die Sitzheizung. Kontaktwärme ist ja auch etwas, was Strom spart, hier als im Gegensatz die Heizung zu aktivieren. Also Sitzheizung an, die funktioniert auch richtig gut, wird schnell warm und hält auch dauerhaft warm. Schade ist, es fehlt mir nur noch eine Lenkradheizung. Die gibt es jetzt hier eben nicht. Im Winter auch, wie gesagt, ein gutes Feature ist diese beheizte Windschutzscheibe. Gerade wenn das Auto, wie bei mir, eben Laternenparken mäßig abgestellt ist, also draußen steht und dann eben der Frost schon so ein bisschen auf das Fahrzeug einfällt, dann nutzt man hier einfach die elektrische Windschutzscheibenheizung und schon ist die ratzfatzfrei und hält dann auch hier dauerhaft eisfrei. Das Fahren mit dem E-Up, eben wie schon erwähnt, ist sehr gut. Die 83 PS sind völlig ausreichend, richtig gut, aber natürlich die 212 Newtonmeter Drehmoment, die wir hier haben und die sorgen halt dann auch dafür, dass man eben recht zügig auch über Land beschleunigen kann. Der E-Up zieht wirklich gut an. Autobahnfahrten sind auch gut, aber das Fahrzeug ist relativ hellhörig hier innen. Also man hört vor allem Abrollgeräusche sehr stark. Windgeräusche sind eher ganz gut gedämmt, muss ich sagen. Lediglich hier eben die Abrollgeräusche sind so das präsenteste Geräusch, was man hier vernehmen kann während der Fahrt. Die Bremsen arbeiten auch ganz gut, wenn man dann mal richtig in die Eisen gehen muss. Also da verzögert der E-Up auch ordentlich. Der ADAC hat so Bremswege von um die 37, 38 Metern ermittelt. Das ist für einen Kleinwagen, der ja auch schon einige Jahre auf dem Markt ist, durchaus gut, zumal wir auch hinten nur Trommelbremsen haben zum Verzögern. Was mir noch besonders gut gefallen hat, ist tatsächlich eben die Übersichtlichkeit, die wir hier haben in dem Fahrzeug. Gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist, durch die großen Fensterflächen und Glasflächen, die wir hier haben, gibt es einen sehr guten Rundumblick, auch wenn die Außenspiegel ein bisschen größer sein könnten. Die Rückfahrkamera ist so ein kleines, nettes Feature beim Einparken. Braucht man nicht wirklich, da reichen die Parkpiepser, die hier verbaut sind. Der Preis übrigens, wie schon erwähnt, lag bei 26.800 und ein paar zerquetschten Euro. Jetzt bei der Wiederauflage nach Abzug der Umweltförderung war es eben möglich, hier den E-Up hier so für 17.000 Euro zu bekommen oder das ist schon in meinen Augen echt ein gutes Preis- Leistungsverhältnis, zumal es keine Kleinwagen-Elektrofahrzeuge so auf dem Markt mehr gibt oder vor allem Kleinstwagen wie eben den E-Up. Und da muss man mittlerweile schon sehr tief in die Tasche greifen, vor allem auch, wenn man dann mal jetzt einen E-Up gebraucht kaufen möchte, dann werdet ihr so ein bisschen mit den Ohren schlackern, denn die Fahrzeuge werden teilweise so zwei Jahre alt, mit dem großen Akku hier schon für um die 20.000, 21.000 Euro noch gehandelt. Und da sieht man halt, dass die Umweltprämie, die es hier gab, tatsächlich eingesteckt wurde und die Nachfrage hier natürlich auch echt hoch ist, gerade im Bereich der Kleinwagen. Das war es jetzt von meiner Seite als kleine Statusmeldung zum VW-E-Up, wie er sich so gemacht hat jetzt in zehn Monaten. Das Fahrzeug ist noch bis Januar 2024 hier bei mir im Einsatz und ich werde euch da auf alle Fälle nochmal das ein oder andere Video bringen. Ein Abschlussbericht wird es geben und es wird auch nochmal zwei Verbrauchsinfofahrten geben. Einmal mit Winterbedingungen, was der Verbrauch ist und einmal dann tatsächlich nochmal im Sommer mit Temperaturen von über 25 Grad, damit wir einmal sehen, wo denn so die Gap ist im Verbrauch beim Alltagsnutzen. Und dann, wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, vergesst natürlich den Daumen nach oben nicht, den Kanal hier zu abonnieren und schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentarbox zum VW-E-Up oder auch zu ähnlichen Themen, damit wir jetzt ein bisschen diskutieren können. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.